Warum fällt es dir eigentlich immer noch so schwer, Nein zu sagen? Warum fällt es dir immer noch so schwer, Grenzen zu setzen? Nach all den Jahren, nach all diesen tausenden Malen, die du schon probiert hast, warum fällt es dir immer noch so schwer? Darüber reden wir heute im Reun den Finden Podcast. Wie du siehst, bin ich heute ganz alleine, weil Andi ist krank. Lass mal gute Besserungswünsche oder Genesungswünsche oder bessere Gutungswünsche in den Kommentaren. Da freut ihr sich, dann wird er auch ganz schnell wieder gesund. Heute sprechen wir aber ganz kurz, wir haben das Thema schon in sehr, sehr vielen Episoden angesprochen, mit dem einen oder anderen Winkel. Und in dieser, ich möchte es auch diesmal kurz halten, in einer kürzeren Episode, Lass uns mal kurz darüber sprechen, warum du eigentlich immer noch so ein Problem hast mit Grenzen setzen. Und warum behaupte ich, dass du ein Problem damit hast? Weil ich sehe das immer wieder bei den Männern, die jetzt auch gerade ganz frisch wieder bei uns gestartet haben im Coaching. Sie bringen alle so das gleiche Thema mit, im Grunde. Und es ist die Angst davor, irgendwie als arrogant zu wirken, als egoistisch zu wirken, als zu draufgängerisch, zu sehr macho, zu sehr Arschloch, zu sehr bestimmend, zu sehr, was heißt zu sehr, generell narzisstisch zu wirken, wenn sie einfach nur darüber sprechen, was sie gerne hätten. Über ihre Bedürfnisse sprechen oder auch entsprechend dadurch Grenzen setzen. Dadurch, also damit haben sie oftmals ein Problem zu beginnen. Und im Laufe des Coachings dann auch entsprechend in den ersten drei Wochen, wenn sie die Flirtelemente kennenlernen, darunter ganz besonders das Flirtelement anecken, stellen sie fest, dass es dann doch einfacher ist, als sie denken. Und ja, also Grenzen setzen, das ist eine, damit habe ich mir auch damals sehr schwer getan. Weil es war so, dass ich, ich kam aus der Ecke von Zurückhaltung, von Schüchternheit, wenn du in diesen Kategorien denken möchtest, von Introvertiertheit, Introversion. Das ist persönlich etwas, wovon ich nicht zahlte, weil das einfach nur irgendwelche Labels sind, die wir uns aufsetzen und dann entsprechend eine Rolle erfüllen müssen. Wenn wir sagen, ich bin ja introvertiert, dann muss ich diese Rolle erfüllen. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Genau, also auf jeden Fall aus dieser Ecke komme ich selber auch und kam ich entsprechend. Und dann war es für mich schwer, Grenzen zu setzen. Dann war es für mich schwer, also weil sowieso, wenn ich halt zurückhaltend und schüchtern bin, dann habe ich ja sowieso schon mal eine größere Hürde, auf Menschen zuzugehen, mit Menschen in Kontakt zu treten und nicht nur das, also nicht nur die größere Hürde, auf Menschen zuzugehen, sondern auch, ich mache es halt auch weniger, also es passiert mir halt auch weniger. Und gleichzeitig vergleiche ich mich dann natürlich auch mit all den anderen Menschen, die das machen, also bei denen es leicht fällt und denke dann, oh ja, die können das viel besser, das sind bessere Menschen, das sind bessere Typen, bessere Männer, was auch immer. Kein Wunder, dass all die Frauen auf diesem Typ Mann stehen und auf mich nicht und so weiter. Das sind dann ganz normale Gedanken, die ich gehabt habe und die du vielleicht auch hast. Und was ich dann damals gemacht habe, ist stark in die Überkompensation zu rutschen und einfach krass auf den Tisch zu hauen, krass hart Grenzen zu setzen. Und das ist das, was ich auch bei vielen Männern feststelle. Nicht unbedingt bei den Männern, die bei uns das Coaching starten, so vielleicht einer von zehn ist dann so in dem, was ich jetzt beschreibe. Und die anderen sind entsprechend dann in der anderen Ecke. Also das, was ich jetzt beschreibe und diese Überkompensation, sieht dann meist so aus, wir haben unser Leben lang irgendwie immer Ja sagen müssen. Wir haben einfach immer einstecken müssen, aus Angst davor, nicht geliebt zu werden. Es ist Angst davor, nicht gut genug zu sein. Es ist Angst davor zum Beispiel, dass wir kommen mit einer schlechten Note nach Hause und unsere Mama hat uns nicht mehr lieb, plötzlich. Oder wir haben halt irgendetwas gesagt, was nicht als normal gilt oder nicht als gut gilt, was auch immer, was von jemandem verurteilt wird. Und wir wussten das nicht und plötzlich werden wir bestraft dafür. Das heißt, wir haben halt in irgendeiner Form gelernt in unserem Leben, dass wir besser darüber nachdenken, besser schauen, was wir sagen, besser Acht geben darauf. Und dann haben wir gelernt, sehr zu verkopfen. Und weil wir dadurch gleichzeitig gelernt haben, dass wir nicht wissen, wie die Welt funktioniert, sondern jeder andere weiß, wie die Welt funktioniert, haben wir versucht, uns halt irgendwie anzupassen, immer gute Miene zum bösen Spiel zu machen und so weiter. Und ja, uns selber zurück, noch mehr zurückzuhalten. Und einfach immer Ja zu sagen. Also quasi die Grenzen offen machen. Immer Ja sagen. Und was dann dazu führt oder was dann dazu geführt hat, ist halt so, dass wir uns immer mehr verloren haben. Wir haben zwar in irgendeiner Form eine Harmonie immer bewahrt. Also es gab weniger Konflikte in unserem Leben. Und wenn mal einer kam, dann haben wir halt sofort wieder den Schwanz eingezogen und wenn ich wir sage, dann zähle ich mich dazu, weil auch, wie gesagt, aus der Ecke komme ich. So den Schwanz eingezogen und dann, wie gerade schon gesagt, gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Und wir verlieren uns dadurch selber. Das ist eine sehr kryptische Art und Weise wahrscheinlich, das auszudrücken. Was bedeutet das, dass wir uns verlieren? Wir haben gewisse Bedürfnisse und auch gewisse Grenzen in uns und gewisse Werte, die vielleicht übertreten wurden. Aber wir haben gelernt, dass wenn wir dafür einstehen wollen oder die klar machen wollen, die ausdrücken wollen, dass wir dann bestraft werden. Und wir sind entsprechend nicht bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen. Wir sind nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen, unsere Meinung auszusprechen, weil die halt mit Gegenwind verbunden ist oder halt unsere Bedürfnisse auszusprechen, unsere Wünsche auszusprechen. So das halt mit Gegenwind verbunden, eventuell. Und dann haben wir gelernt, das ist uns nicht wert, weil wir sind nie vorbereitet und alle anderen wissen sowieso besser, wie das Leben funktioniert. So ist halt ein Glaubenssatz. Also der unterliegt dem Ganzen, wenn wir Probleme haben, unsere Grenzen auszudrücken, wenn wir Probleme haben, Nein zu sagen. So wir haben entsprechend halt gelernt, dass wir nicht auf unsere eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Sinne und Empfindungen vertrauen können, sondern wir müssen darauf vertrauen, was jemand anderes denkt. Und ein kleiner Seitenarm dafür ist, du hast vielleicht schon öfter gehört, von den drei ursprünglichen Verhaltensweisen, die entsprechend auch auf unserem Ego beruhen, kämpfen, fliehen und sich totstellen. Und wir als Säugetier, als wir dann entsprechend von der Echse zum Säugetier uns weiterentwickelt haben, haben noch eine weitere Variante gelernt, wenn wir in Stresssituationen, in Überlebenssituationen geraten. Und das ist das englische Fawning, Beschwichtigen auf Deutsch. Wir beschwichtigen. Und jemand, der heutzutage immer noch Probleme hat, Grenzen zu setzen, Probleme hat, Nein zu sagen, der ist sehr gut da drin gewesen, zu beschwichtigen. Wenn entsprechend ein Konflikt auftritt. Zum Beispiel dann irgendwie, vielleicht kommst du aus einer Familie, wo der Vater cholerisch oder sogar gewalttätig war. Oder es muss ja nicht nur der Vater gewesen sein, aber das sind auch die Geschichten, die ich höre. Und der Vater war gewalttätig. Dann hast du halt irgendwie gelernt, im Vorfeld irgendwie schon so sehr auf deine, auf all die Alarmsignale, auf all das Knistern in der Luft zu hören, zu spüren, dass halt schon irgendwie wieder, dass diese Person schon wieder irgendwie gereizt, aggressiv sein könnte. Dass du dich halt im Vorfeld schon irgendwie auf Eierschalen bewegt hast und ganz leise warst und jetzt vielleicht nicht deine Wünsche aussprichst, jetzt vielleicht nicht mit deiner Sechs in Mathe um die Ecke kommst, sondern das noch ein bisschen zurückhältst. Das heißt, du hast halt in irgendeiner Form gelernt, zu kalkulieren, zu planen, zu strategisieren, falls das ein Wort ist. Und hast halt so dadurch gelernt, sehr viel zu verkopfen und zu rationalisieren. Und dann in weiterer Instanz dann auch entsprechend, wenn du halt schon irgendwie gelernt oder gespürt hast, dass du dich halt schon dann im Konflikt mit dieser Person, mit einer konfliktbereiten Person, mit einer aggressiven Person, zum Beispiel deinem Vater befindest, dann hast du halt sehr schnell gelernt zu beschwichtigen, hast gelernt, sehr schnell Ja und Amen zu sagen und schnell irgendwie ihm zu zeigen, dass er recht hat, weil er laut war und aggressiv war und natürlich auch viel, viel stärker war als du. Das hast du gelernt, dann entsprechend dazu zu beschwichtigen, damit du halt weniger körperliche Strafe bekommst. Also halt weniger vielleicht irgendwie verprügelt wurdest oder was auch immer. Also da sind einige Geschichten, die ich über die letzten zwölf Jahre gehört habe, da rollen sich mir immer wieder die Fußnägel hoch. Das ist grauenhaft, was einige von euch in ihrer Kindheit durchmachen mussten. Einfach nur, weil eure Eltern nicht gelernt haben, sich selbst zu regulieren. Da trifft niemand die Schuld. Also weder dir, du bist gut genug, du bist immer gut genug, du warst immer gut genug, du wirst immer gut genug sein. Genauso auch halt dann diese Person, die dir das angetan hat. Diese Person wusste es nicht besser, als einfach ihre Verletzungen auf jemand anderen zu übertragen. Das ist leider oftmals was passiert, bis diese Menschen das dann selber auch spüren, was sie dann da tun. Aber gut, genau. Also Grenzen setzen. Jetzt habe ich ganz viele Nebensätze oder Nebenschauplätze damit aufgemacht. Es geht halt immer noch ums Grenzen setzen. Das ist aber alles, das fußt halt alles darauf. Diese kleinen Verletzungen, kleinen und großen Verletzungen, kleinen und großen Traumata in unserer Kindheit, die uns zugestoßen sind, die dafür sorgen, dass wir heute nicht so gut Grenzen setzen können, dass wir heute nicht Nein sagen können. Und ich war dann bei dem Punkt so, ich bin dann damals in die Überkompensation gestoßen oder gerutscht. Und die Überkompensation heißt, dass ich plötzlich merke, was für eine unglaubliche Freiheit und Stärke es mir gibt, Nein zu sagen oder jemandem meine Meinung ins Gesicht zu drücken und so weiter. Statt halt vorher immer Ja und Ahm zu sagen und klein beizugeben und um mich selber dabei auszulaugen und mich selbst dabei zu verlieren. Also genau, da war ich auch gerade bei dem Punkt, so was bedeutet das, sich selbst verlieren. Also auch auf die eigene, auf die eigenen Empfindungen gar nicht mehr richtig Acht zu geben und sich selbst hinterfragen, sich selbst zu gaslighten, wie es ja heute Neumodern heißt. Also sich selbst in die Irre zu führen und zu sagen, nee, es ist alles ganz okay. Die Person weiß es schon besser, wie die Sache funktioniert oder wie das Leben funktioniert. und ich, ich, unwissendes Ding, bleibe einfach mal ruhig. So, ich bin in die Überkompensation gerutscht und habe gemerkt, was ist, dass es mich nicht mehr einengt, nein, nicht mehr einengt, Ja zu sagen, sondern plötzlich bin ich, habe ich die Freiheit, Nein zu sagen. Und plötzlich, so, ist es einfach die Überkompensation. Also es ist die gleiche Unsicherheit, die entsprechend stattfindet. Es ist vorher das Ja sagen, wenn du Ja-Sager bist, dann sagst du Ja aus Unehrlichkeit. Und, aber aus Unehrlichkeit im Prinzip auf der, auf der Grundlage von Unsicherheit. Also, ähm, du beschwichtigst die andere Person, damit du keinen weiteren Schaden bekommst. Und dieses Nein, dieses, dieses starke, arrogante, aggressive Nein, so was die Überkompensation des Ja's ist, was oftmals einfach der erste Schritt zum Nein sagen ist, was, was auch einfach Teil, Teil der, Teil der Reise ist, um das zu lernen. dieses, dieses, ja, dieses harte, aggressive Nein. Ähm, das nenne ich gerne das Nein mit der Nein-Energie. Das heißt, wenn wir das erste Mal lernen, Grenzen zu setzen, gibt es eine unglaubliche Freiheit, eine unglaubliche Macht plötzlich an uns zurück. Und wir werden ganz schnell süchtig danach. Weil es sich plötzlich nach Freiheit, nach mehr anfühlt. Aber, also entsprechend auch nach mehr Leben. Wenn du dir, ähm, wenn du dir die, das Selbstbewusstsein Spezial angeschaut hast, wo ich die, ähm, Bewusstseinszustände, ähm, die erkläre, dann kannst du dir vorstellen, dass das, dass das Ja sagen, das unehrliche Ja entsprechend, wo wir, wo wir starten als, als jemand, der nicht Grenzen setzen kann, das startet so bei, bei Apathie, bei Depression, also bei, bei Trauer, bei, bei Schuld, bei Scham, bei ganz niedriger Schwingung. Und, aber dieses, dieses Nein mit der Nein-Energie, so der erste Step, den wir lernen zum Nein zu sagen, das, ähm, das ist halt, das fühlt sich lebendiger an, weil es halt mehr Energie hat, aber es ist im Prinzip in Wut und Stolz und trotzdem halt dann immer noch nicht gut, immer noch nicht gute Emotionen, immer noch nicht eine gute Grundlage des Ganzen. also am Anfang sagen wir ein Ja mit einer Nein-Energie, also wir wollen eigentlich gar nicht Ja sagen, aber wir glauben, das ist unsere einzige Chance zu überleben und dann sagen wir Nein mit einer Nein-Energie, weil wir endlich gelernt haben, auch zurückzukämpfen. Im Prinzip sehen wir bei, genau bei, bei dem, bei dem Ja mit der Nein-Energie und bei dem Nein mit der Nein-Energie, sehen wir nur Kampf, dass jemand gegen uns ist. und das ist so, da bleiben halt dann sehr viele stecken. Ich bin auch eine Zeit lang in der Steckung geblieben. Und, also, weil es sich halt so machtvoll anfühlt, das ist auch der Bereich dann, wo viele Männer stecken bleiben, wenn sie sagen, oh, irgendwie, ich habe die ganze Zeit versucht, ohne, also, und weiß gar nicht, habe gar nicht richtig gewusst, wie es funktioniert mit Frauen, aber ich habe das die ganze Zeit versucht und habe dann dadurch festgestellt, irgendwie Frauen wollen mich nicht, so, das ist halt die, die falsche, der falsche Rückschluss, den sie ziehen, weil sie einfach die falschen Sachen gemacht haben und rutschen dann halt in eine Nein-Energie. Erst wollten sie halt Frauen beeindrucken, Frauen bekommen in ihrem Leben und dann sind sie in ein, von dem, entsprechend von dem Ja mit der Nein-Energie, also sie haben sich selbst verleugnet, haben eine Rolle gespielt, die sie nicht sind und dann rutschen sie in ein Nein mit einer Nein-Energie im Sinne von, ich brauche Frauen nicht mehr, was soll das, ich bleibe einfach alleine, das ist halt Stolz und das ist falsch und das bist du nicht wirklich und da bleiben halt viele stecken, das ist sehr traurig, sehr schade, falls du dich da wiedererkennst, dann lade ich dich dazu ein, mir jetzt hier noch weiter zu folgen in der Aufzeigung der Schritte, wie du Grenzen setzt, wie du zu einem Nein mit einer Ja-Energie kommst, denn das ist nämlich der nächste Schritt, das Nein mit einer Ja-Energie. So, wir können es das zum Beispiel vorstellen, ich fange nochmal beim Ja mit der Nein-Energie, Energie an, also beim ersten Jahr, im Beruf. So, stellen wir uns vor, du bist Angestellter und dein Chef möchte, dass du Überschwung machst. Der kommt dann in dein Büro rein und sagt so, du, Michael, du musst heute ein bisschen länger bleiben, gab ein Problem in der Buchhaltung, das wäre ganz gut, wenn du zwei Stunden länger bleibst. Und weil du nie gelernt hast, Nein zu sagen, für dich einzustehen, Grenzen zu setzen, du aber nicht länger bleiben möchtest, sagst du, ja, okay, ja, okay, dann muss das so sein. Vielleicht bist du dann sogar schon so weit, dass du dich mit einigen Kollegen gegen deinen Chef verschwörst und hinter seinem Rücken lästerst und Verschwörungen anzettelst und so weiter. Das ist alles halt aus der Unsicherheit entsprungen oder entspringend aus der Unsicherheit. Du sagst Ja, obwohl du Nein sagen möchtest. Du machst die Überstunden, obwohl du eigentlich lieber keine Überstunden machen möchtest. Damit verleugnest du dich selber, damit kreierst du eine ganze Menge Stress in dir und weil du diesen Stress nicht selber spüren möchtest, also entweder möchtest du ihn nicht selber spüren, das heißt, du lässt ihn mit deinen Kollegen oder für dich selber auf deinen Chef nieder und sagst, was für ein Idiot, was für ein Arschloch ist, was für ein ausbeutender Mistkerl er ist oder du frisst es in dich rein und sagst, ja, ich bekomme, ich bekomme, was ich verdiene. Mit mir kann man es ja machen, ist schon okay, ist, muss halt so sein. Du frisst es halt in dich hinein, es fühlt sich aber trotzdem nicht gut an. Irgendwann lernst du dann aber Nein mit einer Nein-Energie zu sagen. Dann kommt ein Chef rein und sagst, du, Michael, Probleme in der Buchhaltung, wäre ganz gut, wenn du zwei Stunden länger bleibst heute. Und dann sagst du, nee, immer muss ich länger bleiben, aber der Harald aus der anderen Abteilung, der kann immer nach Hause gehen. So, warum muss ich immer länger bleiben? Nee, das mache ich einfach nicht mehr mit. Im Prinzip ist es so ein bisschen wie Ernie in Stromberg, so, der, der einfach keine Lust mehr hat, dass er übervorteilt wird, dass er, dass andere Menschen ihn ausnutzen. Ja, also vor allem in dieser, in dieser Perspektive, in dieser Art und Weise zu denken, in diesem Bewusstseinszustand, siehst du halt auch noch, dass du eventuell ausgenutzt werden könntest. Weiter, oben, wenn wir wieder beim Jahr angekommen, sind, kleiner Spoiler, ist für dich ausnutzen, das Ding, dass man dich ausnutzen könnte, gar keine Realität mehr. Das existiert einfach nicht mehr. So, das ist, das passiert auch nicht mehr dann. Und, ja, also du, du protestierst dann entsprechend. Und das fühlt sich gut an, weil du endlich mal für dich einstehst, nach all den Jahren, nach 10, 20, 30 Jahren, stehst du endlich für dich ein und sagst den Leuten mal endlich, was Sache ist. Das fühlt sich stark an, das fühlt sich gut an, aber es fußt auf der gleichen Unsicherheit. So, der nächste Step, wie ich jetzt schon mehrfach angekündigt habe, ist Nein mit einer Ja-Energie zu sagen. Irgendwann lernen wir nämlich, dass wir gar nicht so wütend und aggressiv sein müssen, wenn wir Nein sagen, sondern wir lernen plötzlich, dass Grenzen setzen ganz gut ist für alle. Dass das sogar eine Win-Win-Situation ist. Denn, woher wüsstest du, du sitzt jetzt vielleicht irgendwie an einem Tisch oder so, woher weißt du, dass der Tisch existiert? Woran kannst du festmachen, dass hier noch Tisch ist? So, ich bin jetzt auch an einem Tisch. Hier ist noch Tisch und hier ist kein Tisch mehr. Woher wissen wir das? Es gibt eine Grenze. Eine Abgrenzung. Und, weil der Tisch da aufhört. Der Tisch hört hier auf, hier ist die Grenze des Tisches, hier ist die Grenze von dem, was wir Tisch nennen und dann ist hier Luft. Wir müssen wissen, wo deine Grenzen sind. Menschen müssen wissen, wo deine Grenzen sind, damit sie wissen, wie sie dich Hand zu haben haben. Wenn der Tisch keine Grenzen hätte, dann würde er endlos weitergehen und wir würden gar nicht mal wissen, dass es so etwas wie einen Tisch gibt. So, weil es halt einfach nur Tisch gibt. Das Universum besteht nur aus Tisch. Wir müssen, etwas muss eine Grenze haben, damit wir seine Existenz wahrnehmen können. Und wenn es keine Grenze hat, dann ist es einfach ein Blob, der nicht existent ist. Der gleichzeitig überall und nirgendwo ist. Grenzen bedeuten einfach in dieser physischen Natur, Realität, in der wir sind, dass Dinge existieren. Und wenn wir keine Grenzen setzen, wenn wir keine Grenzen setzen können, kein Nein sagen können, wenn wir Nein sagen wollen und Ja sagen, wenn wir Ja sagen wollen, wenn wir das nie gelernt haben, dann existieren wir für andere und gleichzeitig auch nicht. Und dann fühlen wir uns aber irgendwie ausgenutzt und überrannt und übervorteilt, aber die anderen Menschen meinen das gar nicht böse. Denn es gibt vielleicht ein paar Sachen, gerade auch in deiner Umgebung, durch die du die ganze Zeit durchläufst, die keine Grenzen haben. Zum Beispiel die Luft. Würde die Luft Grenzen haben, würdest du gegenlaufen. Und es ist entsprechend dann wie eine, also in der Luft würde dann entsprechend so eine Glastür, so eine Lufttür stehen, damit du weißt, ich betrete jetzt gerade den Raum Luft und hier kann ich atmen. Glücklicherweise haben wir das mit der Luft nicht. So, aber wenn Menschen halt nicht wissen, wo du anfängst, wo du aufhörst, dann laufen sie halt durch dich durch. Und das meinen die nicht böse. Das ist halt so dann der Punkt, wenn du halt im beruflichen Kontext zum Beispiel immer wieder Ja und Amen zu jeder weiteren Aufgabe sagst und das eigentlich gar nicht möchtest und die ganze Zeit denkst du, das ist eine Frechheit, dass ich die ganze Zeit hiermit mehr Arbeit aufgeladen werde und so weiter oder es ist eine Frechheit, dass ich die ganze Zeit irgendwie von den Frauen übersehen werde und so weiter. Das ist nicht deren Schuld. Das ist deine Verantwortung. Du bist in der Verantwortung zu sagen, das hier möchte ich nicht mehr und stattdessen möchte ich etwas anderes. Und das halt zu kommunizieren, auch mit dir selber, halt nicht nur an die Außenwelt, das ist halt das Nein mit der Nein-Energie, halt so krass und aggressiv unterwegs sein, so nein, so verhältst du dich nicht mit mir, so redest du nicht mit mir und so weiter. Alles schön und gut, aber wenn du selber die Grenze für dich selber nicht gesetzt hast, sondern glaubst, dass man dir irgendwas wegnehmen könnte, aus Angst, also wenn du jetzt nicht Grenzen setzt, dann wird dir was weggenommen oder du lauerst einer Gefahr auf oder so, dann reagierst du natürlich mit Wut und diesem harten, aggressiven Nein, weil du Angst hast, dass dir irgendetwas passiert. Und diese Grenze oder beziehungsweise dieses Nein mit der Ja-Energie, das kommt dann, wenn wir plötzlich lernen, so Grenzen setzen ist gut. Wie gesagt, wir wissen dann, wo der Tisch ist. Wir wissen dann, wir wissen dann, wo du anfängst, wo du aufhörst und das ist dann geil, weil wir wissen dann ganz genau, wo deine Grenzen sind, wie wir dich anzufassen haben, wie wir dich zu behandeln haben. Du weißt selber, wie du dich zu behandeln hast und du lernst dann halt auch, indem du halt durch das Nein mit der Nein-Energie zu einem Nein mit einer Ja-Energie durchgehst, dass Menschen das gar nicht böse meinen. Die haben das nie böse gemeint. Niemand hat irgendwie versucht, dich auszunutzen, sondern du hast die Wahrnehmung gehabt, dass du dich ausnutzen lassen kannst oder dass Menschen dich ausnutzen, weil sie halt nie gehört haben oder nie gewusst haben, was in deinem Kopf abgeht, dass du all das gar nicht möchtest. Aber sie haben dich gefragt, ist das okay, wenn du gerade noch zwei Stunden länger bleibst und du hast Ja gesagt. Wer trägt die Verantwortung dafür? Du. Und das ist eine gute Nachricht, weil genau du kannst das ändern. Dein Chef, der reinkommt und sagt, Michael, bleib mal zwei Stunden länger, Probleme in der Buchhaltung und du sagst Ja, obwohl du Nein sagen möchtest, ist nicht die Schuld deines Chefs. Du kannst Nein sagen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber wenn ich Nein sage, dann bekomme ich ganz viele Probleme, ganz viel Ärger mit meinem Chef. So, dann ist das halt so. Was ist halt dann der Preis, wenn du es nicht tust? Was ist der Preis, wenn du Ja sagst? Der Preis, den zahlst du bis die letzten 20 Jahre schon, die letzten 20, 30 Jahre schon, den zahlst du bereits. Und der Preis ist, dass du dich selber immer weiter verlierst, dass du immer weiter ausbrennst, dass du immer weniger weißt, wer du wirklich bist, dass du immer unglücklicher wirst. Das ist eine Loose-Lose-Situation für jeden. Also für alle Beteiligten. Du setzt keine Grenzen, dein Chef bekommt vielleicht kurzfristig, okay, hier, der Michael bleibt länger. Schön, aber dann brennst du aus. Oder dann bist du so passiv-aggressiv, dass du deine Arbeit noch schlechter machst vielleicht, weil du dich nicht gesehen, gewertschätzt, nicht gehört fühlst, dass halt deine Arbeit darunter leidet, dass die Firma darunter leidet, halt alle Beteiligten darunter leiden, weil du keine Grenzen gesetzt hast. Es wäre völlig okay gewesen zu sagen, halt zum Beispiel das Nein mit der Ja-Energie, das sähe dann so aus. Okay, ich verstehe, dass das Problem gerade existiert und das Problem heute entstanden ist, aber es passt mir heute wirklich, wirklich, wirklich nicht. Ich muss leider absagen dafür. Wir kriegen das vielleicht morgen noch hin. Oder vielleicht kann der Harald aus der anderen Abteilung das heute mal machen. Das wäre das Nein mit der Ja-Energie. Du greifst die andere Person nicht an. Du greifst gar nichts an, nicht mal die Sache, nicht mal das Thema, sondern das Thema ist einfach da und du gehst in dich rein und schaust, ist das gerade für mich möglich? Und wenn es gerade für dich nicht möglich ist, zum Beispiel jetzt länger zu bleiben, dann sagst du Nein. Und dieses Nein hat eine Ja-Energie. Das ist problemlösend. Das ist so orientiert, dass es allen Beteiligten eine Kommunikationsgrundlage schafft. Und dann irgendwann, also das ist so der Bereich, wo Menschen den Rest ihres Lebens gerne verbringen können. Einige gehen noch einen Schritt weiter. Einige sind dann ein bisschen weiter und dazu lade ich dich auch ein, plötzlich Ja mit einer Ja-Energie zu sagen, obwohl sie Nein sagen wollen. Wie sieht das Ganze dann aus? Chef kommt rein, sagt, Buchhaltung, Probleme, Michael, bleib bitte zwei Stunden länger. Und du kannst nicht. Du kannst eigentlich gar nicht. Du hast Termine. Aber du sagst Ja mit einer Ja-Energie. Und das sähe ja so aus. Okay, ich verstehe. Das scheint sehr akut zu sein. Ich habe wahnsinnig viele Termine eigentlich gleich. Ich werde die jetzt gerade mal verschieben. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich werde zwei Stunden länger bleiben. Ich werde so lange bleiben, bis das Thema erledigt ist. Es scheint mir gleichzeitig, dass diese Probleme öfter auftreten. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns mal gemeinsam hinsetzen und schauen, was die Ursache der Probleme ist, damit wir nicht so oft länger bleiben müssen. Ich bleibe heute gerne mal länger, damit wir das ein für alle Mal jetzt hier hinkriegen. Das ist Ja mit der Ja-Energie. Obwohl du Nein sagen würdest. Obwohl du zu Hause bleiben oder nach Hause gehen würdest. Obwohl du was anderes zu tun hast. Weil da eine Sache ist, die größer ist als die Beteiligten. Da ist ein Problem, das gilt es zu lösen, anstatt halt immer wieder nur das Symptom sich anzuschauen und auf das Symptom zu reagieren. Da ist ein größeres Problem hinter. Und jemand, der Ja mit einer Ja-Energie sagen kann, obwohl er Nein sagen möchte, obwohl er Grenzen setzen möchte, er transzendiert quasi das Grenzen setzen, der setzt Grenzen aus einer Gütigkeit heraus. Nicht nur aus Selbstlosigkeit sagen, das Gegenteil, aus Egoismus. Entsprechend so, ich habe was anderes zu tun, deswegen sage ich jetzt Nein. Ob ich jetzt das mit einer Nein- oder Ja-Energie sage, sage ich jetzt Nein. Ich sehe, dass das Team, zum Beispiel jetzt in diesem Fall, das Team größere Probleme hat. und deswegen lass uns das jetzt gerade lösen und danach lass uns das machen, damit das Problem nicht mehr auftritt. Oder zum Beispiel sagst du, ich kann gerne länger bleiben, das nächste Mal brauche ich aber ein bis zwei Tage vorher Bescheid. Das machen wir jetzt nochmal und das nächste Mal sagst du mir Bescheid. Okay? Das ist Ja mit einer Ja-Energie. Da ist niemand angegriffen. Da ist niemand böse, sondern du setzt gleichzeitig eine Grenze damit für dich. Du sagst, ich helfe dir und die andere Person weiß damit gleichzeitig, wie sie dich weiterhin Hand zu haben hat. Sodass du, dieses Ja zu sagen plötzlich, du hast vorher auch Ja gesagt, als du gestartet hast. Du bist bei 12 Uhr im Prinzip angefangen und dann geht die Uhr so weiter und irgendwann ist halt wieder 12 Uhr. Du bist halt wieder oben angekommen, aber du hast eine ganze Reise, eine ganze Heldenreise unternommen, das ist halt wie Frodo, der im Aulenland lebt, dann unternimmt er seine Reise, schmeißt den Ring irgendwie in so einen Vulkan und kommt dann wieder. Er ist immer noch Frodo, aber innen drin hat sich was geändert. Er ist nicht mehr der ängstliche Frodo, er ist plötzlich der Held-Frodo. Und das ist das Ja, was du dann sagst. Das Ja ist plötzlich ehrlich. Während das Ja am Anfang auf Unehrlichkeit, auf Unsicherheit sich beruht hat, ist das Ja plötzlich auf Ehrlichkeit, weil du gelernt hast, Grenzen zu setzen, weil du weißt, wer du bist. So. Das dazu. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn nicht, wir machen noch weitere Folgen genau darüber. Lass noch gute Besserungswünsche für Andida und trag dich ein, flirtanalyse.de und schauen uns deinen Fall ganz genau an. Und ansonsten sehen wir uns in den nächsten Gruppen wieder. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.